Willkommen zurück zu Let's Play WoW. Ja, BVH ist gerade online, ihr seht es, es ist 1 Uhr nachts, wir zocken immer noch in der Gildengruppe. Und jetzt geht es gleich weiter mit der nächsten Aufgabe. Ihr seid wieder live dabei. Müssen wir den alle einzeln ansprechen oder gleich auf den Drachen springen. Ich zeig euch die besten Ecken und ihr habt dann die Ehre, mal so ein Totem des Schafseers runterzuschmeißen. Vor so ein paar Jahren wurde dieses ganze Land vom Kataklysmus erschüttert. Unsere nördlichen... Da haben wir das erste Mal richtige Blutmagie zu spüren bekommen. Nicht den Kinderkram der schwächeren Stämme. Unsere Verteidigung wird schwächer. Prinzessin Talanji fragt schon länger nach mehr Truppen, aber ihr Vater reagiert nur langsam, also wendet sie sich an Torn. Der fliegt ein Facehacker aus Alien rum oder was? Es vergeht keine Runde, damit nicht irgendwelche Sandalari der Blutmagie zuwenden, die sie von den Frevlern in Nazmir gelernt haben. Erstmal voll in den Baum reingeflogen. Ich will das Mount, auf dem wir hocken. Hm. Irgendwas fühlt sich komisch an. Ich spüre eine große Macht im Inneren von Sanchul. Ich setze euch mal bei Loti ab. Sagt ihr, die Quelle der ganzen Probleme ist vielleicht direkt in Sanchul. Sehr schön. Und jetzt landen wir auch. Ja, inklusive Soundbuck am Schluss. Ja, das Gebiet sieht echt schön aus. So schön so Regenwald mäßig. Geil. Azteken mäßig. Sehr schön. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Die Macht der Loa ist stark hier. So, was nehmen wir jetzt da? Eigentlich wurscht. Beides bessere Fabrik. So, jetzt müssen wir irgendwie... Wählt euren Loa mit Bedacht. ...viecher verseuchen. Wie verseuchen wir die? Ach, verscheuchen. Und wie? Ja. Dampfer dagegen laufen. Okay. 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 Hau'n dich auf. Zeh'n die für euch mit? Ja, ne? Ja. Ja. Und dann Klappe, Klappe. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Der Jäger ist schon am killen. Ich habe kein Ziel. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Oh, von denen gibt es sogar das erste Fleisch. Hm. Ich habe kein Ziel. So, zack. Ich brauche ein Ziel. Ja, mit killen sind wir fertig. Vier müssen wir noch verscheuchen. Zwei, eins, eins. Ich will endlich mal ein Mount, wo man looten kann, vom Mount aus. Ich grüße euch, Parkoura-Eye. So, töte drei Verderbungen. Der Wächter. Ist recht. Ja, wenn welche da wären, ne? Ich kriege nur so einen alten Rottstein aus dem. Der Bergbau-Skill ist doch noch niedrig. Ja, laufen wir hoch. Da ist ein Punkt, ja. Oben ist ein Punkt. Da ist auch eine Kiste. Irgendwo. Ich habe kein Ziel. Ich brauche ein Ziel. Mir zeigt es eine an, ja. So, gucken wir mal, wo die verderbten Wächter sind. Unten ist jetzt wieder ein Wächter, ne? Lauf uns, glaub mal nach oben. Jupp. Ich muss näher heran. Der nächste verderbte Wächter. Auch besiegt. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Jetzt wieder nach unten. Ja, oder man sagt da drüben laufen. Wächter der Griff getötet. Da ist auch ein Silber-Nachpfeil, ne? Ich brauche eins hier. Ja, aber das ist die Kiste. Also, wir müssen wahrscheinlich wieder runter rein. Ja. Sicher? Da rein auch. Der war ja auch unten. Hier ist die Kiste. Ja. Aber unten, wo wir reingekommen sind, da lag ja der erste tot. Wart ihr da? Irgendwie nix geschalt. Kriegsressourcen. Jetzt dürfen wir wieder runter. Wie kommen wir am besten runter? Nehmen wir den ganz hochlaufen. Ja, das ist gemerkt, wie wir doch wohin kommen. Mitten in der Nacht. Den Hommasche. Den anderen brauchen wir noch doch den. Den ganz unten. Und ich wette, wir dürfen dann gleich wieder hochlaufen. Ja. Das ist wahrscheinlich. Ist doch immer so. Weiter runter. Ich habe nur noch angehittet. Ich auch. Ich hoffe, du zählst für alle. Ich habe kein Ziel. Ich habe kein Ziel. Das ist im Eingang, ne? Das ist bestimmt draußen oben. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ich muss zuerst etwas anvisieren. Ja, das ist ja nicht hier unten. Einfach die Viecher ignorieren. Genau. ja ihr seht ich bin eigentlich total gerade still weil ich total konzentriert bin ja ihr seht wir sind zu viert unterwegs in der gruppe mal gucken wie es gleich weitergeht noch weiter oben ok stimmt hier außen lang hier geht es da ist er doch ich stehne gang dem meistern zauberstab das tod wir müssen warten bei der kaffee zu trinken das ist dann das dafür eine komische ratte dass das passt gar nicht im bild mit unseren raptoren ja das passt schon besser das ist kein raptor so jetzt warten wir dass der gegner wieder da ist dass er respawn und dann können wir ihn schnell töten und dann geht es direkt weiter ich bin total wow bfa ist online yeah ich habe keine schwester ich will von dir nichts mehr über meine schwester hören schon mal das tier raus gelassen für das runde meister der form und mächtiger so was ist das hier streifkolle der kann euch die stärke von seinen vielen totems in der stadt gewähren die eure geschwindigkeit erhöhen wenn sie nah sind naja wenn man gern rumrennt wenn ihr lieber fliegt besucht parkour loa der winde von ihren totems gibt es zwar weniger dafür könnt ihr fliegend eure wege durch die stadt abkürzen ein raptor in dieser form traut ihr euch unter leute die müssen wir ansprechen sicher schon mal das tier raus gelassen nö ja ich möchte eine andere wählen aber nicht ja kannst du es nochmal rausholen ich glaube ich aus einem von den älteren man muss mit einem von zwei loa die tiere die hier vorher vor uns stehen praktisch einen segen welches nimmt ihr ist das flugviech ich habe den bewegungsgeschwindigkeit ich habe den raptor genommen nicht aber die macht der loa ist stark das müssen wir immer wieder nun kommen ne ich wusste dass ihr die richtige entscheidung treffen naja der treffer kommt her und ich fliege euch raus damit ihr parkour persönlich treffen könnt werden wir mal aufspringen ich weiß nicht welchen weg ich genommen habe aber ich hoffe mal der war am kürzesten schein so also ich bin ja da ne ich weiß ja nicht wie es euch geht wie kann denn schon sowas droppen ey wer hat das? ach das hat da gerade wer in irgendeiner anderen gruppe bekommen alles klar das ding ist fett sieht sogar recht cool aus aber den skin kenne ich schon doch wohl hier können wir aufmountain wir sind ganz woanders ja weil wir das andere genommen haben ja wir mussten wir haben ja an das Viech quellt aber wie kommen wir denn da jetzt hin martin mani und danach dürfen wir wieder zurück ich glaube da können wir aber abkürzen ich vermute wir kommen gleich wieder an die selbe Stelle mani laufen mal ach da oben kommt man nicht durch warte mal hier ist ausgrabung achologie was braucht ihr kind ich hoffe auch dass wir dann irgendwie wieder zusammen kommen müssen wir jetzt wieder zurück jippiii ja sollen wir runter springen der stern springen von der klippe ok das war nicht wirklich gemein ah das mach ich später mit der technologie oh leck mani ich hab keine ahnung wie man zu der Zeit kommt ah ich glaub ich hab's gefunden also dass ich jetzt gleich tot bin und errichtet mir am fuße von der saalor eine statue damit die torne dieses landes wissen wem ihr ruldigt bei die riesen dinos kann man mit einstein jetzt geht's zurück das ist nur so eine in der stadt aktionsquest naja fast ein halbes level haben wir doch schon das wollte sein ja jetzt wieder zurück ich bin über stock und steine im vertrieb gekauft die himmel sind meine augen und wieder hochkleckern und wieder hochkleckern die kriegswinde immer günstig für euch stehen so dann werden wir jetzt mal wieder hoch dem palast und die nächste aufgabe abgeben sprech mit könig wir müssen zum könig ne vermute schade dass es nicht einfach in den tempel gerade immer einen weg gibt wo du den fahrstuhl lang fährt ja ich bin jetzt da wo man vorhin den guck macht er mir entbeißen ich geh mal lieber weg nicht dass ich sterbe ne ok nie wissen so wie komme ich jetzt wieder zum könig hoch wieder rein in das gebäude rein und dann die aufzüge ah tolle wurst nein aufzüge nicht wurst seit ihr ein raubtier oder beute ihr steht vor könig rastakhan ja das war's mehr hast du eh nicht bekommen ne ja wollen wir dann gleich mal dieses tal garub machen die quest außerhalb der stadt wie heißt die quest tal garub ja die hab ich auch tal gurub ja können wir machen hier unten ist auch noch ne aufgabe ne ja die hab ich auch schon angenommen ah ich kann aber runter springen das ist ok warte mal da mit mal aufkommen oder zum fahrzeichen grüße unser königreich erobert keiler dann begebe ich mich mal auf den weg nach talgurg oder was auch immer kann man da hinfliegen ich ja du nein sprecht los unten ne sag mal wo muss denn das denn da ist noch ein ausrufezeichen bei mir oben oder da ist aber viel rot das ist schlecht jetzt bin ich zum hafen geflogen ich idiot ist halt viel zu schnell ich muss ja schon mit dem könig quatschen ne wir warten doch dann da auf dich ich muss auch gleich zurückfliegen ist euch klar wer ich bin oh da muss ich hin da muss ich hin so da haben wir uns gerade ein bisschen verfolgen jetzt werden wir nochmal schnell wieder zurück und doch nicht aber zu den anderen kulturellen da wäre ein rahmen mob der wird wohl aber ein bisschen heftig mit 74.000 leben oder obwohl das ist der film ne ne ist richtig blaß den mal um so der kollege vor uns hat sich bestimmt auch verfolgen seid jetzt ihr alle ich habe es da und eine fragezeichen ganz unten am hafen nicht am hafen das oben wurde der kartenname steht weil da ist das wo es aus der gegend raus geht also ein flugmeister nehmen oder was wenn da einer hingeht der geht nur zum hafen habe ich festgestellt jetzt kommt die gleich wieder glaube ich es wurde gerade nämlich schon gekillt bei dir glaube ich dagegen ja aber ist sogar einen zettel wie was macht ihr denn da schon wir haben einen ramop umgehauen weil wir auf euch gewartet haben kommen wir stellen uns da vorne zum wasser und angeln bis die kommen ich habe mir das angeln nicht angenommen also das bringt nicht viel aber du kannst doch sicher schon die richtigen fische fangen habt ihr die aufgabe schon abgegeben wir warten jetzt dass man alle eintun ja ich komme ja schon welchen raum habt ihr gekillt irgendwie reitet man hier so langsam hat den eindruck das nur weil du nicht mehr fliegen kannst und ans fliegen gewöhnt ist da ist ein fragezeichen versteckt euch nicht länger hinter eurer maske komme ich auch wieder rein da ist ein ramop da ist ein ramop wo sehe ich ein ständchen unterm wasserfall wo denn ständchen auf der karte rechts lauf doch mal hin rechts unterm wasserfall der komische guppel guppel ja dann hau man halt einfach nochmal um der kommt nämlich immer wieder nur so das ist halt wie bei jedem ramop sobald du ihn einmal gekillt hast ist es halt normaler mob für dich unter dem wasserfall warte uhr äh geht denn jetzt oh jetzt kommen wir mehr Leute gar ziel so unser erster ramop ha unser tier ist weg natürlich äh ich brauche ein Ziel meine und Azarit da ist noch ein Ausrufezeichen ja das schenken wir uns erst einmal das hat nichts mit der Hauptrüst zu tun so also können wir die jetzt hier abgeben die Aufgabe ja das haben wir ja gerade gemacht und dann holt's mal alles um versteckt euch nicht länger hinter eurer Maske ja dann hab er hier drei gekauft ihr kauft euch nur ein bisschen Zeit aber nicht viel wenn ihr gesehen hättet wenn ihr gesehen hättet würdet ihr dasselbe tun kommt ich zeig's euch hallo hat sie jeder angenommen mögen die Geister mit euch sein ja die sollen wohl jeder anzeln machen so jetzt ist die Kiste weg ja toll das hast du wieder toll hingekriegt ich hab sie auch nicht gekriegt ich auch nicht ich hab sie noch verschwinden sehen ja das ist nicht gewesen Reue verbessert ich habe ja Fragezeichen ja also wir haben ihn 30 Quadriene für ich erkennen so und Totems wieder am Kämpfen sammeln und er hat gesagt wir überleben ich muss zuerst etwas anvisieren hat versprochen und wir müssen da hinten wohl auch noch einen in den Kessel stoßen so dann muss ich das selber machen oder was der Kohlepferne ja so das ist dann so den haben wir den Kessel gestoßen ja dann stoßen wir doch da hinten mal den einen in den Kessel ja dann stoßen wir doch da hinten mal den einen in den Kessel so dann stoßen wir auch gleich wie sie sagt was man findet dass das unter Gebräu verbessern läuft ja ja das ist das Blut von denen ich habe kein Ziel ich muss zuerst etwas anvisieren so dann schubsen wir mal den nächsten direkt und schubs das muss auch wieder jeder machen oder wie ja Tolle Wurst ich darf leider nicht für dich schubsen hm wobei es natürlich lustig wäre aber es ist ja auch eine schöne Aufgabe die jeder selber machen möchte Leute den Kessel schubsen so dann habe ich alle Aufgaben fertig ich auch treffen wir uns beim Questgeber so jipp oh schubs dabei Toten brauche ich noch ich brauche ein Ziel so dann werden wir die auch nochmal gleich besuchen ich muss zuerst etwas anvisieren müsst ihr denn nicht eigentlich morgen arbeiten nein ok aber schon sexy ich habe kein Ziel wer hat letztendlich wieder hergrült ich habe hier ein 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 ues verliert die geduld mit euch das hat konsequenzen 200 tempomeister schreit ich bin gut drauf drum will ich euch zuhören aber was findet der wiese du lieber loa lasst mich ausdrehen schatten sehn an den pferden des schicksals und er behofft das imperium wir halten aber er wird vom raar zu können einige insekten wie euch wirds auf der anderen seite nicht gut ergehen bleibt jetzt unser quest reinigen verrat der untergang von dem imperium und eine drohung gegen den könig das ist mal eine dramatische prophezeiung ich habe gesehen wie diese welt endet und es wird euch nicht gefallen finstre zeiten ihr kümmert euch darum holt schamba also auf der tempelspitze trefft mich dann da und ist nur eine aufgabe ne die holen wir uns doch das ist zu weit wenn es nicht wahr durch ist anfang leidnet sie ja mensch oben oder was ja man musste irgendwie die drei masken da auf dem weg hoch anklicken und dann mit dem typen hin ups dann wartet mal noch bevor ihr alles zerstört ich bin außer reichweite in dieser schatzkiste wo ist mein tank ich muss zuerst etwas anvisieren so haben wir das auch erledigt sehr schön ich habe glaube ich ein bisschen zu viel gepolt im notfall immer bei mir abliefern martin holt gleich durch meinen elite mob ja ich habe hier auch einen elite mob gepolt das war keine gute idee das war keine gute idee ich habe kein Ziel und der Manni kommt zur Hilfe und bringt noch Spielsachen mit na komm gehen wir euch mal retten das war alles so so jetzt brauche ich noch 3,9 muss müssen wir jetzt nach oben ne ja ich glaube ja ich bin da noch lupen ich brauche ein Ziel ah jetzt schon wieder map hier wo das noch am ab jetzt ist er weg der kommt wieder ja gucken wir mal was uns da oben erwartet das schicksal meint's echt nicht gut mit euch so und weiter geht's das ich euch gegeben hab auf den Gong seine Diener werden versuchen euch aufzuhalten passt auf und jetzt passiert die Urne beim Durchgang geht die Treppen auf oder was? ja ich habe kein Ziel wir hätten auf dem Manni warten sollen ne bewegt sie ein bisschen nach links jetzt muss ich die Kacke alleine machen ich brauche ein Ziel andere fasse achso aber wir sehen ihn ja wir können ja mit killen ich denke wir warten bis er bei der hier ist wo sie so schräg liegt zum Kessel mit euch siehste der Manni ist doch gar nicht allein ich muss zuerst etwas anvisieren nur wenn wir die Quest nicht mehr haben heißt das nicht dass wir die Mobs nicht töten dürfen stimmt gut jetzt vertauscht ein von Voljambas trinken mit dem den ihr von mir habt den ersten den ihr seht nicht denken einfach machen jetzt bin ich in einer anderen Phase scheiße kommt her es ist Zeit ich kann sie sagen ich habe kein Ziel beeilt euch ich will den nicht alleine spielen sogar ihr geht doch so jetzt kommen wir runter da du der ist jetzt runter da ist er ja genug der Spielchen ich kann das nicht angreifen ihr habt eure Nachricht überbracht jetzt stellt euch eurem Schicksal ihr wisst dass ihr mich nicht töten werdet ihr könnt mich nicht aufhalten nicht ich werde euch töten aber mein Freund nicht mit mir alter Mann nicht mit mir alter Mann ich kann das nicht angreifen ihr werdet hier ihr seid stark aber meine jetzt bin ich in einer anderen Phase wo er schon halb tot ist ja das war ich nein ich werde hier nicht sterben nicht jetzt wie konnte er abgeschlossen wissen eine wahre Schande dass ich ihm das allerwichtigste nicht mehr beibringen konnte sag dem alten Raster hier ist auch der die Zukunft klar die ihr nicht gesehen habt oh ne wir müssen wieder zurück hm toll wieder zum König die Aufgabe hier links ist nur Schatzkiste immer noch Bums seid ihr jetzt gerade alle weggeschwebt ihr Säcke und ihr lässt mich da oben stehen ich habe ungefähr 300 Goblin Kleider vorher gebaut und jedem Schaf 50 Stück schickt warte Martin warte ich habe auch 30 Unsichtbarkeitsdränke dabei Wasser wandeln Hürdigkeitsschrank ich muss gerade noch ein Stückchen laufen ich will da umgehen da bist du da bin ich ich habe ein Erz gerade gefunden also ich habe auf Deutsch gesagt Vorks so damit endet aber auch diese Folge wir werden jetzt schnell zum König reisen und dann werden wir gucken wie es weiter geht ich danke fürs Zuschauen bis zur nächsten Folge auf Wiedersehen Tschüss bei Burgrem LP